ok heute bin ich mit kd 10 und mit selber hier und wir spielen monopoli auf roblox gemein gemein ich habe monopolis und so lange nicht mehr was ich bin das bringt glück ich bin grün was machen jetzt das wird perfekt für schnitte sein das geht ohne zehn junge jetzt schon weiß wie das funktioniert kann ich alles abkaufen wer ist jetzt dran du kannst ja noch mal ja genau du kannst ja noch mal oder ja warum nicht wie ich monopolis spiele wenn man auf das gefängnis was auch immer darauf geht was ist das hier jetzt bin ich nein planning escape steht bei dir jetzt ist kd 10 du musst glaube ich ein double haben um rauszukommen ich habe keine ahnung was man hier einfach rollen und dann das zeug machen was ich habe keine ahnung was man hier machen muss alles gibt block c to one of your games das ist dann das hier Counter-Block-Squeeze, block sie! Roll Double, come on! Was? Oh, nun wieder der... ... die Geld hat? Tycoon? Was ist das hier? Nein, er hat den Military Combat Tycoon bekommen, den wollte ich, come on! Nein, den wollte ich auch! Kann ich irgendwie... ...kamera ändern? Nee, oder? Nein, kann man nicht! Double! Yeah! Nickel Simulator! Ach nee, das andere wäre so billig! Nein, wieso habe ich das denn nicht gekauft? Ich will Car Crusher's haben, ich will unbedingt Car Crusher's haben. Das ist eine Frage der Ehre. Was ist das? Beesworm Simulator? Wahrscheinlich doch deine Mutter. Müssen wir auch mal spielen. Holden... Ich hab... Neun! Nee, ich hab nicht mehr eine Million. Warum habt ihr beide eine Million mehr als ich? Ach du... Danke für das Geld! Was ist... Beesworm... ... ... ... ... ... ... ... 1, tut mir aus... ... ... Was bekomme ich? coolen sachen ja wirklich ja das kann man auch das ist auch richtig geil wie du immer gesnipet so kann ja auch wieder straßen haben jetzt das ist auch ein cooles spiel hier die eine ohren junge roll also ich bin ehrlich ich würde gerne gewinnen endlich ja direkt kaufen denn einfach bin ehrlich ist der könig ja Was? Haha What? Wie viel Unglück kann man... Was sind die Chancen? Ja! Was kann man da machen? Choosing destination Haha Was? Fail break Nein Ähm, was kauf ich mir? Ich hab das nicht so viel Roll Nein! Roll your KD10 hat einfach so viel Geld, weil der einfach immer im Gefängnis ist Kann mir ersparen Ah, du hast mir Miete gegeben, danke Was mir das ganze Geld weggegeben Äh, weggegeben Weggenommen Elf Hä, wo? Ah, du bist auf einem meiner Felder, cool Hier Um eine 20.000 für dich Ohhhh Yeah, aber nein So sprechen Leute, die es sich leisten können Roll Toaster Ohhhh Okay, da hast du die 200.000 mal wieder male How toaster KD10 hat Toast in den Chat geschrieben Clawty Hopefully Mieter deiner äh Clown Tycoon Ich will rollen, roll no police. Irgendwie habe ich in dieser Runde weniger Glück. Also Leute, ihr müsst wissen, wir haben vorhin schon eine Aufnahme mit Slaver gemacht, aber dann kam sieben Minuten danach KD10 auf Discord. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Nein! Irgendwie man einfach zerquetscht wird. Ich hatte es noch nicht. Was ist das? Naja, falls man dich zerquetschen würde, Junge, du als Tassi würdest instant brechen. Alalalalalalalalalala. Ist das ein Runden eins? Ach ja, ist Gott sei Dank. Irgendwas gut. Ronin Ginz, Gefeignis! Ronin Ginz, Gefeignis! Warum stehst du in mir drin? Danke für das Geld. Drei-hundert-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Nananananananananananananana... Vier. Vier. Hor�hth- Horrifiig. Horrifyng Housing? Was ist das für ein Game? Kännchen an, nicht. Horrifiig wahrscheinlich. 11 Bloß. du willst mich doch ja verarscht nein und ich habe das gern ich verliere geld und okay das war's mit dem ersten teil von monopoly oder wie das spiel auf roblox wenn ihr aber den nächsten teil sehen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden er wird vielleicht schnell kommen vielleicht aber auch nicht ich hoffe aber dieser teil hat euch bisher gefallen die anderen teile teiler teils die anderen episoden werden hochkommen versprochen ja das war ja der roninp90 ende aus und bitte kommt natürlich nicht wie ich einfach immer auf geile taiguns komme aber kein kaufen kann weil ich pleite bin